G-Switch? Da man! Ach nee! Wow! Hätte ich jetzt nicht gedacht, du! Hä? Irgendwas... Fuck! Ahhhh nein! Ich weiß was ich machen muss! Fuck it! 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 Wreck it! Alter! Wo war das Ding? Ich seh dich! Hallo! Ich fühl mich das Ding einfach mit verarscht! Hallo! Jetzt kommt das Ding wie Hallo! 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 Die Lobüe! Okay? Okay, diesmal weiß ich was ich machen muss! Ich muss... Der Klingel da oben! Ah! Spack ab! Ich esse dein Gehirn! Ich mag die Dinger nicht! Okay! Oh Mutti! Geh weg Dreckserblase! Die Mutterblase! Hilfe! Mudis Blase! Moment! Das war voll durch! Das war auch voll durch! Das war fast ein Big Trigger, Alter! Ja! Ja! Okay! Einen Level hast du auch noch! Einen Level hab ich 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 noch! Ich will nur nicht! Verfickte Level! Ich hasse Geisterhäuser! In allen Mario spielen! Egal wo! Ich hasse sie! Ich muss mir nur nochmal erklären, wie das hier vielleicht funktionieren will! Okay! Mach ich! Aber wenn du bis dahin kommst! Aber ich glaub schon! Du musst nur das nicht zu schnell sein bei den Blasen! Skill! Skill! Der hat nicht gesprungen! Siehst du, wenn du dich überforderst, dann klappt das nicht! Und wenn du erstmal deine Worte sammeln würdest! Und dann schon rechnen würdest! Dann würde es klappen! Nö! Gut! Ich kann die Scheiße Leveln! Ich hoffe mir einfach, dass ich das jetzt mit dem Scheiß zwei Leben schaffe! Brems! Wir bremsen nicht aus! Das sind die Verkehrs-Bogos! Die Verkehrs-Bogos! Ja, die Verkehrs-Bogos! Die bremsen nicht immer aus, wenn du es zu schnell bist! Ach ja! Ja! Die Worte-Schlangen! Heiho! 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 It's up to where we go! We work our day and get no pay! Heiho! 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 It's up to where we go! We work our day and get no pay! Heiho! 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 Is this the music in your soul? Soul? Soap! 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 Soap hab ich gesagt! Soap! Nein! Soap heißt Seife! Soap! Oh nein! Es ist die Musik in deiner Seite! Aber es könnte auch sein! Musik in deiner Seite! Schon klar! Ganz ehrlich, in jedem Ding gibt's Musik! Selbst wenn ich... Ging's klar! X Factor! Das war's wahr! Du bist sehr kreativ noch! Ja, ich weiß! Ja, ich weiß! Ja, ich weiß! Ja, der ist mit seinem Quadratkörper... Weißt du was? Fick dich nur! Ach ja! Ach ja! Guck mal her! Du bist doof! Der nutzt dich gerade! Ich hasse ihn! Der nutzt dich! Hattest du diese? Der wird dich weiter nutzen! Bist du... Egal! Ich bin doch groß! Nein! Ich bin doch groß! Ich bin doch groß! Ich bin doch groß! Woher spielt mir? Ich lag ein, ich bin kein... Ach's, was ihr hier seht! Es sp´renierend leucht. Und Mami und Papi sind immer dabei! Ja, Codex4 hat sich diese f..... Undcu beحتив้ کر�ende blsen ausgedacht! Ah, okay! Wer hat sich diese... Kack geiste Blasen ausgedacht! Die Geister! Die weiß wurden... Geschichten aus der Gruft! Wo kam das nochmal her? Äh, aus Geschichten aus der Gruft? Hä? Ja, das war damals ne Sendung. Ja, da haben wir auch immer diese Gruselgeschichten vorgelesen. Also so erzählt, so in Comic. Bam. Aber hier war der. Oh, ich dachte schon. Und bevor die jetzt kommen, erstmal das hier wegnehmen. Dann kommst du nämlich da gleich auch durch. Geh weg. Weiche. Weiche! Nein, warum falle ich jetzt runter? Move like a... Ich glaub, ich glaub... Das Level ist total einfach, aber ich bin zu dumm. Ich hätte rennen müssen. Ich hätte rennen müssen. Das Arm auf und... Sag jetzt bitte nicht, dass wir jetzt da anfangen müssen. Natürlich. Wir sind sehr weit gekommen, man merkt's. Äh, Leute, das war's glaub ich heute schon wieder. Und wir machen dann irgendwann weiter, wenn wir... Das... Das seh ich nicht ein. Nö, kein bisschen. Ich hab mir so den Arsch in diesem Wasser im Level. Was willst du denn? Ja, ich geb dir einmal ne Leben. Los, nimm! Nein! Nein! Oh, das war's. Wie krieg ich das jetzt wieder weg? Gar nicht. Du musst jetzt rückklicken. Mit X. Nö, krieg ich nicht. Ich... Jo, ich werd jetzt ohne Leben hier. Oh. Was musst du? Naja, das war's dann erstmal für heute wieder mit Super Mario World. Bis denn und tschü tschü. Schönen Donut noch. Oh. Oh. Oh.